es ist wieder so weit drei tage lang jugend trainiert für olympia und jugend trainiert für paralympics das größte schulsport event der welt ja und wir sind hier live im schwarzwald in schonach und hier ist richtig viel schnee gefallen und die kids ja die trudeln hier schon so langsam ein die vorfreude ist auf jeden fall spürbar und das gucken uns auch gleich mal an denn die anreise begann für viele kids schon in den morgenstunden doch die lange fahrt tat der stimmung kein abbruch im gegenteil ganz schon nach strotzt vor vorfreude auf die kommenden tage ja und die nachwuchsathleten die sind schon feuer und flamme bei knackigen temperaturen in den disziplinen und ordentlich durch zu starten so wie hier auch wenn diese sportarten noch nicht olympisch sind aber was nicht ist das kann ja noch werden ja und wir hoffen dass ihr nicht mehr draußen in der kälte stehen muss so wie ich denn dann hättet ihr jetzt noch zeit uns eure moment of the day zu schicken und zwar an diese e mail adresse hier euer bild euer video des tages dass ihr selbst aufgenommen habt und der gewinner der kommt morgen in unserem beitrag